Ah, Unterstützung, sehr schön. Oh, ein Riese. Warum kommst du direkt auf uns zu gerannt? Oh, der kann die Blitze schießen. Okay. So. Komm, sei mal gelähmt. So, sehr gut. Dann eilen wir uns einmal kurz. Lass meinen Kollegen in Ruhe. So. So. Tschüss. Der jubelt noch. Yay. Oh, mein Freund, das Gitter ist zu. Ich glaube, das war's für dich. Tschüss. Was dürfen wir wohl als nächstes erwarten? Nicht du. Ganz vergessen. Nicht mit dir reden, wie in Oblivion, sondern mit der Anschlagtafel. 600 Gold. Ah, sehr schön. Die blutigen Spiele gehen weiter. Das gelbe Team will es wieder wissen. Die Kämpferanzahl wurde erhöht. Vier gegen vier Kampfe. Aha. Interessant. Wir sind bereit. Ein weiterer Kampf in der Arena steht an. Wild und entschlossen drückte ich die Tür auf und stürmte zwischen den blutbefleckten Wänden hervor. Ich bin ein Krieger. Nice. Oh, nicht hab ich was gehabt. Und ich hab ein Level-Up gehabt. Nice. Oh, nein. Ich hab fast meinen Kollegen getroffen. Oh, ich seh nix. War's das schon? Oh, ach, da hat sich einer verlaufen. Der Drecksack. So. Hä? What? Oh. Oh, meine beiden Kollegen sind tot. Warum macht hier alles Feuerschaden, Mann? Teammitglieder getroffen. Drei Stück stand da. Oh. Hoppala. Das war selbstverständlich nicht meine Absicht. Überhaupt nicht meine Absicht. So. Stärke. Leben. Ich hab Glück gerade auf meinem gewünschten Wert. Ich könnte jetzt eigentlich auch mit Willenskraft hochgehen. Obwohl, beeinflusst die Fähigkeit, Mana zu regenerieren. Eigentlich bin ich mit Willenskraft gerade vollends zufrieden. Aber, weil es mich sonst wahnsinnig macht, will ich's mal auf einem schönen glatten Wert wieder 70 lassen. Sonst macht mich das noch verrückt. Oh, wir können den sechsten Rang der Magie ausüben. Sehr schön. Ist das schon die höchste Stufe? Sechs? Weiß gar nicht. Go, go, go. Ich will die höchste Belöhnung. Belöhnung? Die Belöhnung? Belöhnung. Belöhnung hier. Was ist hier? Wir machen jetzt einen alleine Kampf hier. Ein bisschen die Gegner töten hier. Ich mag vier gegen vier Kämpfe. Dann kann ich meine Leute ein bisschen arbeiten lassen. Wollt ihr nicht zu mir? Okay. Ich bin nur der Magier auf Fernkampf. Oh, damn. Hier geht der ja richtig taktisch hier dran. Was ist da los? Yeah. Wollt ihr auf mich losgehen? Nee, ne? Teammitglieder verloren. Ein, ah nee, das war nur verloren vorhin. Die Dreizahl da. Die Dreierzahl. Teammitglieder getroffen hatte ich nur eins. Sehr gut. Diesmal kein Kanonenfutter von oben. Ach ja, ich liebe Arena-Kämpfe. Schnelles Gold. Und so kommen wir viel schneller an unsere stylische Waffe dran. An das Henkers-Spaltbeil. Vier weitere Kämpfe. Na mal ein Viererkampf. Okay. Nur ein bisschen schade, dass man hier keine Ränge aufsteigen kann. Ich meine, de facto bringt mir das natürlich absolut gar nichts, Ränge aufzusteigen. Ja, das ist ja, das ist total Wurst, weil so ein Rang einem nicht erhöhte Werte oder sonst irgendetwas bringt. Aber ich finde, das ist trotzdem eine ganz coole Sache. Nein. Aber ich denke, das ist doch ein Rang. Ich denke, das ist doch ein Rang. Ich denke, das ist doch ein Rang. Gut, machst du das. Oh, wow. Ihr lebt ja bald. Oh, damn. Fast volle Kanne in die Stacheln. Steh auf, Sada. Steh auf. Ach, mein Kollege ist ja noch da. Der macht nur nix. Noch jemand? Nee. Es sind alle meine Kollegen gestorben. Das hätte ich sogar noch verhindern können. Was ist das? Hallo? Jawohl. Äh. War mein Tor hier die ganze Zeit offen? Ja, irgendwie schon. Oder habe ich nur die rasante Öffnung verpasst? Sada. Die Meister-Arena-Kämpferin. Schon wieder 4 gegen 4. Das gibt's doch gar nicht. So, Arena-Kämpfe. Und ich glaube, man hätte auch die Kämpfe ruhig auf die Hälfte reduzieren können. Von der Menge her. Also, psst. Weiß ja nicht, wa? Oh, man. Warum bist du nicht in meine Falle reingelaufen? Oh, was? Ach, sind das auch Fallen? Ist ja lustig. Mein Bildschirm hat sogar angefangen zu laggen, als ich da reingeguckt habe. So, der Magier zuerst. Der Magier zuerst, Leute. So. Die Kämpfer sind nämlich kein Problem. Noch einer. Oh, der hat eine fette Zweihandwaffe. Oh, ich hab den Falschen getroffen, oder? Yes. Achso, das war gar nicht mein Frostzauber. Das war, ja, sogar alle überlebt. Geil. Das lief gut. Das lief gut. Das läuft ja wie geschmiert. Ich bin echt gespannt, was so der letzte Kampf in der Arena sein wird. Ob der richtig eine harte Nuss sein wird, oder die, oder keine Ahnung, wie viele wir da an den Kopf geworfen bekommen. Wieder 600 Gold, wieder 600 Gold. Was darf es diesmal sein? Die Kämpferaufstellung bleibt unverändert. Okay. Also, die ersten zehn Kämpfe, die waren noch so ein bisschen abwechslungsreich. Mal zwei gegen zwei, mal eins gegen eins, mal mit ein paar Untieren. Und jetzt die letzten vier oder sogar jetzt schon fünf Kämpfe, wirklich die ganze Zeit? Irgendwie vier gegen vier, vier gegen vier, vier gegen vier. Ich mein, ich find's natürlich auch cool, sowas hätte mir eigentlich gefehlt in der Oblivion-Arena. Ich bin ein Fernkämpfer, das macht so Spaß. Lalalala, 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 lalalala. Geh doch nicht in den Weg von meinem Zaubermann. Genau, dreht mir alles schön den Rücken zu. Oh, wow, haben die viel Leben. So. Decke? Einen verloren? Okay. Das ist noch akzeptabel. Aber Stone, hier hat gerade eben ein Mensch sein Leben gelassen. Hast du keine Achtung von dem gemeinen menschlichen Leben? Das kann doch nicht wahr sein. Lalalala, lalalala. Wo ich, wo, auf was wollte ich eigentlich gerade hinaus? Ich hab keine Ahnung. So, komm, gib mir was anderes. Erneut vier Kämpfe. Lalalala. Wird wahrscheinlich jetzt von Kampf 30 bis 40 gehen. Oder von 20? Nee, ich hatte vorhin gerade erst Kampf 20. Ich kümmere mich erst gar nicht darum, mein Zeug zu reparieren. Ich versuche das nur so schnell hier durchzueiern, wie nur möglich. Oh, ein bisschen hier in die Menge schieße, wa? Oh, ich weiß gar nicht, wo ich hinziehen soll. Yes, getroffen. Oh, das waren ein paar gute Hits. Wir haben gut gesessen. Ah, wir leben sogar alle noch. Nein. So, Leute, ich hab den Bogenschützen. Schafft ihr auch den anderen? Komm, lasst euch nicht kleinkriegen. Sehr gut, alle überlebt. Wuhu. Sehr gut. Das ist doch mal ein siegreicher Tag, wenn keiner von euch die, die leben lassen muss. Ihr seid ja alle Katzen, natürlich. Jeder hat mehrere Leben, selbstverständlich. Was, was habt ihr denn erwartet? Ich verspreche mich doch nicht, sowas passiert mir nicht. Eine Gruppe abtrünniger Sternlinge. Oh. Sucht in der Arena eine Herausforderung. Vier sind es an der Zahl. Na, das ist doch mal jetzt interessanter. Jetzt könnte es wieder richtig schmerzhaft werden, unter Umständen. Die Sternlinge mit ihren Erfindungen, das ist immer so eine Sache. Rune dunkle Kreatur erwecken. Das, glaube ich, hatte ich noch nicht. Frostelementar. Ich glaube, ich nehme das jetzt einfach mal mit. Mittleres Schloss öffnen. Sonne beschwören ist sogar Rang 7. Damit kann ich erstmal nichts anfangen. Angeblich habt ihr mir gesagt, dass die... Also was heißt angeblich habt ihr mir gesagt? Ihr habt mir schon gesagt. Aber es scheint so zu sein, dass die Sonne richtig stark sein soll. Auch wenn ich sie weggeblasen habe dort in... Na, wie heißt's? Treomar, ja, Nexus-Hallen, um genau zu sein. Die habe ich ja weggehauen ohne Probleme. So, Sternlinge. Ah, zwei gelähmt, haha. Sehr gut. Hauptsache die Brille anhaben, gell? Damn, Son. Oh, das ging schnell. Oh, sie gehen wieder alle auf einen. Sie haben eine Taktik. Hilfe. Hey, na? Wo bist du? Sehr gutes Teamwork. Ich habe geblockt, du hast ihn von hinten erledigt. Ausgezeichnet. Das war's? Okay. Wir haben es zwar nicht komplett ohne Verluste geschafft, aber dafür, dass es Sternlinge waren. Nicht schlecht, Herr Vogel. Nein, ich sag es nicht. 600 Gold schon wieder. Komm, komm, gib mir, gib mir. Ich will es schaffen. 4 gegen 4, was soll das denn? Dann sind wir bald bei Kampf 30 oder 40? Boah, ich brauche mal wieder eine Orientierung. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Wir haben bei Kampf 20 aufgehört. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Sie sagten unverändert. Heißt das, dass wir wieder Sternlinge bekommen, oder? Oh, palazio, digo. Oh, palazio, digo. Ja. Guck mal, die sehen alle gleich aus. Oh, die Gruppe sind glieder. Oh, die sehen alle gleich aus. Na. Einer noch. Sterb mir jetzt bloß nicht weg, Kinders. Sehr gut. Juhu. Ich glaube, das sind da Zwillingsschwestern, oder sowas. Oh, ja. Zeigt mal eure Gesichter. Yay. I'm happy. If you're happy and you know it, clap your hands. Ich, ich. Nein. Wir sind ja lieb und nett. Sowas würden wir doch niemals tun. Also, in die Hände klatschen, natürlich. Und so. Ich habe niemandem gegen den Kopf gehauen. Ich habe niemandem vor den Kopf gestoßen. Ah, 30 Kämpfe. Sehr gut. Jetzt habe ich natürlich nicht gesehen. Moment. Ob es eine neue Rüstung gibt. Weil ich zu schnell weggeklickt habe. 30 Kämpfe in Folge gewonnen. Was möchtet ihr? Nö, sieht nicht so aus. Nope. Reparieren. Ah, ich habe nicht mal was Beschädigtes, weil mich niemand getroffen hat. So, 30 Kämpfe. Wir nähern uns langsam aber sicher... ...der... ...s Ende. Die Quest. Keine großen Überraschungen für den folgenden Kampf. Mmh. Mmh. Keine großen Überraschungen. Heißt das, ich bekomme eine kleine Überraschung? Ihr könnt mich nicht verarschen, ihr Schweine. Es hat zumindest in der Oblivion-Arena nie gestimmt, wenn gesagt wurde... ...keine Überraschungen. Hihihi. Mmh. Mmh. Aber ich glaube, hier meinen sie es irgendwie ernst mit... ...keine großen Überraschungen. Oh Gott, es ist so ein Durcheinander. Oh Gott. Wo ist er? Na. Oh yes, ich habe den richtigen erwischt. Juhu. So. Haben wir's? Wir haben's. Ich wollte hier gerade sagen, so... Es sind keine Viecher, die von der Decke fallen. Es war wirklich kein besonderer Kampf. Wie kann das sein? Shure AI ist ja... ...ehrlich zu uns. 600 Gold. Ja, kriege ich ja auch noch irgendwie... ...was ist denn da los? Vier gegen vier. Really? Really, no. Aber ich lasse alles drin. Schmeiß doch hier keine Kämpfe raus beim Schneiden. Das gehört alles zur Quest, meine Freunde. Also werdet ihr euch das auch anschauen. Und in Oblivion weiß ich noch, insgesamt vom Zeitaufwand her gesehen, habe ich... ...deutlich mehr Zeit investiert in die Arena. Oh, das ist hier alles ziemlich schockierend. Was, meine Freunde? Berserker Action. Habe ich irgendwelche Freunde niedergehauen? Ich glaube schon. Nein. Wir leben ja tatsächlich alle noch. Yay! High Speed. Hat eigentlich irgendjemand von euch noch im Kopf? Ähm, wie viele Arena-Kämpfe es insgesamt in Oblivion gab? Elf Kämpfe ist es her. Jetzt ist es wieder so weit. Ein Untier wartet in der Arena. Vielen Dank für das Mitzählen. Wo sind wir jetzt? Bei Kampf 33 oder 34? Weiß ich. Vielen Dank. Ich bin es wichtig. Ich bin es wichtig. Ich bin es wichtig.